Die Top 6 besten JBL Kinderkopfhörer im Jahr, insert hier hier. Ich habe die JBL JR310 On-Ear Kinderkopfhörer in Rot-Blau gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Kopfhörer sind perfekt für meine Tochter, um auf langen Autofahrten Musik zu hören, oder für die Nutzung von Tablets oder Smartphones. Sie sind robust und halten starken Beanspruchungen stand. Die Bedienung ist sehr einfach mit der Fernbedienung und das eingebaute Headset macht es uns leicht, auch Anrufe entgegenzunehmen. Insgesamt sind dies großartige Kopfhörer für Kinder und ich würde sie jedem empfehlen, der eine solide und erschwingliche Option sucht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen JBL JR460 NC Kopfhörer. Der Over-Ear Kopfhörer mit einem schönen Blau ist perfekt für Kinder. Das Noise-Canceling ist eine großartige Funktion, die die Hörerlebnis verbessert. Ich muss nicht mehr laut die Musik hören, um die Umgebungsgeräusche zu überdecken. Das JBL Safe Sound System hilft, das Gehör meiner Kinder zu schützen, während sie Musik hören. Die Musikwiedergabe-Zeit ist auch beeindruckend, da mein Kind für bis zu 30 Stunden Musik hören kann, bevor es aufgeladen wird. Ich empfehle dieses Produkt anderen Eltern, die ihren Kindern eine angenehme Hörerlebnis bieten möchten, ohne ihre Ohren zu schädigen. Ich habe mir den JBL Tune 520 BT Wireless On-Ear Kopfhörer gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Sound ist klar und hat den perfekten Bass, den ich bei anderen Kopfhörern vermisst habe. Die Verbindung über Bluetooth funktioniert einwandfrei und das faltbare Design ist sehr praktisch für den Transport. Außerdem hält der Akku sehr lange und ich kann bis zu 57 Stunden Musik hören, bevor ich ihn wieder aufladen muss. Ich würde gerne empfehlen, der auf der Suche nach einem hochwertigen und zugleich erschwinglichen Kopfhörer ist. Ich liebe diese JBL Tune 720 BT Wireless On-Ear Kopfhörer. Sie haben einen klaren und kraftvollen Sound mit einem tiefen Bass, der wirklich immersive Hörerlebnisse ermöglicht. Das faltbare Design macht sie sehr praktisch für unterwegs und das Bluetooth ist einfach und schnell einzurichten. Die Akkulaufzeit ist unglaublich, ich kann bis zu 76 Stunden Musikwiedergabe genießen, bevor ich den Akku wieder aufladen muss. Das weiße Finish sieht schick aus und passt zu allem. Ich würde diese Kopfhörer jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem großartigen drahtlosen Hörerlebnis ist. Ich habe beide Kinderkopfhörer ausprobiert und bin sehr zufrieden damit. Der JBL JR310 On-Ear Kinderkopfhörer in Rot-Blau ist robust und passt perfekt auf den Kopf meines Kindes. Der Philips Kinderkopfhörer SHK2000BL-00 ist sehr bequem und hat eine Lautstärkebegrenzung von 85 dB, was mir als Elternteil sehr wichtig ist. Beide Kopfhörer haben einen klaren Klang und sind perfekt für Kinder geeignet. Ich würde beide Kopfhörer auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe die JBL JR300 Blue Kopfhörer gekauft und ich bin wirklich zufrieden. Die Farbe ist perfekt für Kinder und das Design ist sehr robust und langlebig. Der Klang ist großartig und die Lautstärkebegrenzung ist ideal, um das Gehör meines Kindes zu schützen. Die Größe der Kopfhörer ist auch perfekt für Kinder und die Ohrenpolster sind sehr bequem. Ich würde diese Kopfhörer auf jeden Fall empfehlen, wenn man auf der Suche nach einem erstklassigen Produkt für Kinder ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.